Ja, du hast doch deine MPU-Einstellung geändert gehabt. Ja, deswegen dauert das halt ein bisschen. Ey, wer ist denn hier noch drin, Alter? Oh, da ist noch so ein Spaß über uns drin. Erstmal auf rauswerfen, Alter. Oh, man, lass jetzt nochmal. Oh, Spieler. Wo bist du überhaupt jetzt? Raus. Bist du nicht, man hat einen Hafen, Alter. Ey, wer guckt ein Video da? Verleck mir, Muka. Tja, ich muss jetzt immer Kontrollers wechseln. Wo ist mein grüner? Hier ist mein grüner Kontroller. So, einmal Kopfhörer umstecken. Ich muss mal ein anderes Auto holen. Ich muss mal eins erstmal reparieren lassen. Oh, weißt du nicht, ähm... Die olle Schrottkarre da. Ja, schaut so aus, dass ich ein bisschen Schrott gefahren. Ich saute nimmer denn. Das Auto, das Auto. Ja, da guckt noch einer zu. Keine Ahnung. Wo seid ihr denn drinne? Ich meinte, wo ihr live seid. YouTube. Ja, ich hab mich ja angemeldet da drüber. Also, bin ich drin oder was? Ja, die shoppen auch. Achso. Wie heißt denn dein, ähm, Account? Ja, warte, ich schick mal ein Ding. Ich bin der Korg. Hier, die shoppen. Du willst so ein Lecker-Held-Evon? Kurz unterbrechen. Man hört die Musik übertrieben. Schwanger vom besten Freund. Lol. Oh, die Batterie von dem Controller ist auch leer. Halt's Maul. Mahlzeit. Mahlzeit. Somebody that- Motherfuckin' witch! also Ich kann mich gar keine auf... Oh, Alter, scheiß Auto. Ne, das war, weil so'n Auto da im Weg stand. Jetzt steht der Nex im Weg. Du Wichser. Spass muss man haben. Ja, ich war... Ich hab übrigens das Video geliked, ne? Ja, ich weiß wer das ist, das ist ein Kumpel. Ja, ja. YouTube. Alter, ich hab dann mit YouTube auch über Playstation funktionierte Sachen. Mir aber an, dass ich irgendeine Software dafür brauch. Okay. Ja, ist wirklich scheiße. Ich versuche auch über YouTube oder so zu streamen. Auf einmal sagt er mir, ich muss irgendeinen Encorder oder so'n Schrott haben. Alles klar. Hä? Na, Fahrer, du bist weg. Ja, das habe ich gerade auch gesehen, dass der weg ist. Ja, ich bin nicht weg. Ich bin nur sitzen drin, Alter. Aber nicht bei uns. Ne, jetzt merke ich's auch. Alter, was ist das für ne... beschissene scheiße ich ernsthaft ausgeworfen worden von irgendjemanden nein du wichser ich bin unterwegs leute jetzt hast du einen schaden weil du meine karre gerammt hast ja guck mal da guck mal bei mein auto hier weite also ich müsste jetzt in der nähe von euch sein leute da hast du mach ich sehe irgendeinen anfahren dahinten du wichser scheidegern meine jetzt ist die scheiß karre schrott alter du arsch ich muss zum lackierer fahren leck mich doch da leck mich doch am arsch ey alles klar weiß ich nicht carsten auto reparieren du musst du etwas hast du musst du ein paar ride du musst du wissen du musst du wissen ich werde zurück zu es dann was denn was los monchi ja und lass ihn doch ich bin bis jetzt aber der höchste der hier drin ist welches level bis 200 255 mein zweiter kommt ist ein mädchen und bin 125 auf dem zweiten auf den zweiten ich wollte mal ausprobieren aber scheiße ich habe auf meinen zweiten charakter habe ich bin ich level 1000 ja lol warum hast du denn nicht den charakter genommen neuer was ich mit dem hier spiel was los ach leck mich doch doch schon wieder sitzungen wechseln ich glaube ich dachte noch mal gta neu warte leck mich doch am arsch ey au was ist das für ne scheiße ha 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 du Idiot du fährst mit denn in die Bombe , ha 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 da dich auch erwischt du Pam Yay ich hab den zerstör' Der fährt durch meine Miene und dann PAAAWF Ich schau dir gerade zu, weil ich komm jetzt gleich rein Gibt es eigentlich für Youtube so eine spezielle App, wo man es spielt? Eigentlich nicht Okay Man muss sich eigentlich nur anmelden über Playstation Wo warst du denn? Hat der einen Panzer, Alter Ja sicher, was denkst du denn? Warte, ich muss jetzt gerade mal gucken So ging das Oh Ne, nicht so Aber was willst du denn damit reißen? Nix Ich fahr lieber mit meinem Panzer spazieren Oh 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 Ah Hubschrauber am Himmel Ah, ist schon zu weit weg ja weg hier scheiß bull gib mir auch zu senkel ich kann ja nicht lesen die kohle andersrum drehen der ist ja auch rausgegangen aus korea grün wieder ja sicher der ist ja irgendwann rausgegangen erst seine freundin und dann er ich mache ein neues neues ding keine ahnung der eine typ da aber warum das ist doch nicht und das ist nicht unsere fracht das ist denn seine fracht erwarte ich bin schon unterwegs jetzt war es mal ne fracht junge so ich hab schon mal eikassiert du kannst die andere fracht auch noch holen ich muss nur zu meinem club fahren ja lass uns mal kommen der typ hat die dinge verlassen ja naja der ist raus naja kann ich mir die andere kiste auch noch holen fahren da war die kiste nun jetzt auch da hinten da kommt jetzt von mir wer kommt da jetzt wieder arbeite die ganze zeit hier die sind scheiße tut genau ey das gibt es nicht auuuuuh da bin ich immer auf twitch da funktioniert es wenigstens naja ich mache immer alles youtube ist besser ja bei mir funktioniert youtube irgendwie nicht Leute ich komme sofort rein ich muss gerade mal kurz was checken und jetzt muss das scheiß Benutzernbuch aufschlagen ich muss das mal aufholen mach ich auch weg ja du bist auch bei mir weg ja ich bin alleine in sitzung ich bin alleine in sitzung mit jung ich sehn euch sehn euch ich geh mal kurz raus ähm ich mach mich kurz stumm ja ich muss mir kurz die video anschauen sehn euch na komm du mal Ah, keine Ahnung Ah, keine Ahnung Ah, keine Ahnung Weiß ich doch nicht Ich mache jetzt Bankenüberfall Mit der Terrorbase Oh, keine Ahnung Ja, warte, ich such mir mal eine neue Oh, keine Ahnung Gut, jung Nun guckt sich sowas an Ja, wer guckt sich dabei, dass meine Coca gehe Ja, an Ciao Ja, ich suche die Ahnung Untertitelung. BR 2018 Ah, heiß! Keine Ahnung. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was kannst du nicht? Na gut, Junge. Ah, der Kopfscherz schmeckt irgendwie verbrannt, ey. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Loll, der war wieder im Lost Place. Oh, mein Fresse. Jetzt hab ich YouTube zugemacht. Toll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, Facebook, du gehst mir auch im Sack, ey. Das ist Mitternachtsblau. Was ist denn jetzt der Blatt? Oh, mein Fresse. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem kleinen Lost Place. Der Fritz ist mal wieder mit am Start, der Sascha ist am Start. Wir sind hier an einem verlassenen Schlachthof. Schlachtbrief. Ja, ein Lost Place. Ja, aber Dortmund spielt erst morgen. Morgen. Es geht ja los. Es riecht schon, ja? Echt? Ja, kein Geruch für mich. Der erste Raum, da war scheinbar irgendwas gelagert, was hier nicht so gut ist. Jetzt überlegst du, hast du doch eine Remunade dabei, dann... Dann riecht das schon... Das ist schon gut. Oh ja, um halb vier. Was denn? Ja, keine Ahnung. Dann riecht das nicht. Und wenn hier sie jetzt sitzen, dann führ ich was für Ape, dann schaut's wieder unten gerne in die Kommentare ein. Guck mal auf, was das wirklich abkommt, oder wie die eigentlich für, als Tierkonferenzwahrer waren. Wo sind die harten, die Steine? Also hier? Die Teile, die hier durchkommt, ist doch schon bei uns, weil man das scheinbar hat. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Nee, da war's. Ich habe das. Ja, ich weiß Frau, kann auch noch schön diesen Schnudeln da liegen. Wie, kommt schon wieder nicht rein? Leck mir, Marsch. Leck mir, Mugai. Ich stelle meine MTO-Einstellung auf jeden Fall nicht um. Ich lasse sie so, wie sie jetzt ist. Ich habe gerade Mission. Ich muss Geld holen. Bankenüberfall. Ja, der ist Profis, der schlaft uns. Du hast über die Türen hier. So hält es jetzt auf Schleim. Hier bei links rein in den Raum, da riecht es, da steht nämlich nicht für den Menschen. Da wäre ich jetzt auch eingeschlafen. Arm dich, Fingst du? Bäh. Wie kann ich? Äh. Was ist passiert? Ja, da ist er. Okay, so that is, uh, Vidi-Gun, take it out quick and try not to get shot into chunks. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Everyone knows a hero, you know, but you don't have to do this alone. You've got a crew to join us, and this won't be unnecessarily difficult. You've got to have to get on the Elf. Okay, so, 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 so. Die Fotokamera ist eigentlich ein, das muss man halt wegen dem Gerät so tun, dass man da ist. Wenn man aufzeichnen kann, sonst hätte man eine Videokamera weggehalten. Wenn man das weiter und beziehungsweise muss man sich mal das ein bisschen daran beachten, weil, ja, weil es nicht so ist, ich dreh ja immer wirklich nur ein, ey, 2, 3, 2, 4, 4, 5 Minuten, dass er ja nicht mal eine Stunde Folge macht, dann schreit ich immer die besten Tränen aus. Ach, das ist nicht so, dass ich auch gerne mal die einzelnen Cups, aber das ist ja im Schritt so ein bisschen zu kontrollieren, das ist ja nur einzeln, ein, eine C und dann sind sie zusammen. Hey, da! Hey, da! What can I help you with? Oh, hey! You're in trouble! Hmm, okay, I'll deal with it. Ich bin eine ganze Zeit schon da. Nein, ich bin eine ganze Zeit schon da. Ich kann aber was mit dem Stream anklären. Ich versuche immer noch daraus zu finden, wie ich streamen kann. Weil ich brauche anscheinend irgendeine Scheiß-Software. Und ein Corder, ansonsten startet er endlich Keepstream. Nimmtsch! ... Nimmtsch! ... ... ... 500 Aber wenig Ich hab mittlerweile 5 GB Also meine Playstation hat komplett 1 TB Dann hab ich noch Dingenseiter Festplatte Nein, jetzt haben die Bullen mich doch wieder gefickt Aber nicht mit mir Die Bullen mich nicht knacken Ich bin schon an meinen Sieg Bist du dich Du deine Güte Du bist so bemerKst Du bist so bemerKst Du bist so bemerKst Ich verstehe Das ist eine große kommt Du bist so sind So scharf, auch so. Ach so. Die Farbe ist schön. Jungen Handball. Ja, aber ich weiß nicht, wie man das hier durch ist. Ich sehe noch da oben den Hebel zieht, das steht ja auch weg. Ach, das ist leider eigentlich flach. Ach, jetzt kriegst du den Auf身en. Nach mir das Fahrrad nach, Schreie aber? Und dann bin ich wieder bei den Schaden sind. Dann bin ich wieder in den Rücken. Dann bin ich wieder bei den Schaden. Hab ich wieder auf queste Schaden. Ach, also die Schaden. Ich bin wieder außen und habe noch eine Neuze. Dann bin ich wieder bei der anderen Rechnung. Dann bin ich wieder bei der anderen Rechnung. Dann bin ich wieder bei dem Schaden. Strahl! Ich weiß nicht, ich mach einfach die Hand von mir, du musst abgehen. Boah! Oh! Oder ganz runter einmal? Nein, ganz runter einmal. Ja, ganz runter einmal. Ja, das Ding ist total übersichtlich. Es sind 100.000 Freunde, 100.000 Federn, die da draufstehen gerade. Und hier rum, ist glaube ich wirklich nur noch von, ja, die Sachen gebaut. Guck mal hier. Und der Anruf? Kann ich fragen, wo steht denn? Ach guck mal hier. Da ist ein Pfeil, das ist gleich genau. Ein Pfeil, dann muss man das auch runter. Boah, die Sicherung, halt einfach. Huch! Da geht was. Auf das Kette ist ja auch was raus. Herzlichen Glückwunsch. Da drinnen. Das Ding handpackt sich. Da braucht man immer handpacken, nur angucken. Ich kann es bei einem. Also, da muss ich nicht so lange zurück. Ich bin hier einfach noch nicht entstanden. Da kommt immer noch an die. Einige. Da war ja noch nicht dran. Guck mal. 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 Aber es ist nicht der Weg und wir reisen. Ja, klar. Lass nicht wiederkommen. Fuck, Alter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich guck mal, ob ich das noch habe. Hab ich was nicht in der Gruppe geschickt? Der stellt seine MTU-Einstellung um. Ich guck mal, ob ich das noch habe. Ich hatte aber auch, ich brauchte kein Programm. Nein, du brauchst eigentlich, musst du nur, dir auf Playstation, du musst da nur Youtube runterladen und dir da einen Account erstellen. Hä, aber ich habe da auch keinen. Ich gehe jetzt mal in meine Bibliothek. Ich gehe jetzt mal in meine Bibliothek. die Position. Das war's. Auf meinem Kanal. Man könnte denken, dass es schön wäre, wenn wir in der Nacht, aber wir haben es gerade mal 5.8 Uhr an der Jahrzehnte, aber gut, kann man nicht ändern. Mit dabei, Freunde, wieder der Stefan, der Ben und unsere Ferne angereist aus Österreich, der D-Light-Axe, in-Frame und Erdbeck-Nüter-Österreich. Alter, ich hab's hingekriegt. Ja, wir stehen hier von einem verlassenen Punkt. Wir freuen uns, die Menschen hier wollen und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Let's go. Der Eingang sieht schon mal, das Ganze verzerrt aus. Das sieht ganz edel aus, finde ich eigentlich sogar. So, machen wir mal rein in die gute Stube. Alter, guck dir mal die Säcke an. Die ist ja richtig vergoldet. Aperine. Ja, das war ein E-Po. Du brauchst so viele Lichter, bitte. Oh, die Steckdose geht nicht. Ne? Weißt du, ich muss mal reinkommen. Vielleicht können wir ja auch jetzt den hier rein noch. Jo, Leute. Jo, Leute. Geil, ey, wir nehmen das Ding wieder in Betrieb. Okay, Leute, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie man vielleicht sieht, geile Lichtstimmung hier. Wir haben das Licht noch in Gang gekriegt. Also Strom funktioniert hier definitiv noch. Was ich jetzt bei dem Anblick von außen in erster Linie erstmal überhaupt nicht gedacht hätte. Weil das halt schon echt abgeranzt aussieht. Wir haben draußen liegen Matratzen davor. Irgendwelche ausgeschlachteten Autos. Ganz, ganz komisch. Und wir haben jetzt eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass eben hier drinnen der Zuschauer noch so gut ist. Wenn man das mit draußen vergleicht. Infos, wie lange das Ding hier jetzt leer steht, habe ich leider absolut gar keine. Ich bin auf jeden Fall online. Auf jeden Fall mal was ganz Besonderes hier mit dem blauen und roten Licht jetzt. Da kommen schon Stimmungen auf. Ja, die waren gerade auch schon an. Ja. Aber ich sehe gerade viel zu letzten, da ist ja auch Licht an. Patrick, ich habe dir jetzt ein Video geschickt jetzt gleich. Warte, kacke ich drauf ab. Au. Diese beschissene Webseite. Ernsthaft. Such dir einen neuen Spruch, der ist schon alt. Such dir einen neuen Spruch, der ist schon alt. Zum einen Bericht. Und ich bin auf jeden Fall zum Regen. Ich bin auf jeden Fall, ich bin hier ein paar Mal vor Camera. Oh Mann! spiel dann sagt er mir genau das hier die Sparte zu tun dann lädt er das dauert ein bisschen bis die eingegeben der Alton stimm der Bomber werde auf schießen blöd man Moment. Tschüss. So. Jetzt habe ich mich angemeldet. So, dann zeigt er mir sowas an. Also mit was ich mich anmelde. Anmelden möchte. Dann gehe ich zum Beispiel hier drauf. Dann auf OK. Boah. Halt. So. Und jetzt, tada. Kommt genau das, was ich natürlich nicht haben wollte. So. So. Weißt du, jetzt will ich meinen, Patrick? Jaja. Aber ich kann hier nicht streamen. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Und das habe ich immer so. Weißt du jetzt, wie ich meine? Sag mir dann, ich soll mich anmelden. Dann schickt er mich zu dieser beschissenen Website und kann jetzt streamen, Alter. Ja, ich will. Ähm, warte mal. Ich gebe mal kurz meine Biblio. Anwendungen. Aufnahmegalerie. Äh. Ich weiß nicht, ob du das so hast. Warte. Ich weiß nicht, ob du sowas dabei hast. Ich weiß nicht, ob du sowas dabei hast. Ich weiß nicht, ob du sowas dabei hast und dann löst mich dich zum Collaborate. Ich weiß nicht, ob du sowas dabei hast. das sind alles spiele okay ich weiß gar nicht was das ist ach so ja das ist dingens ganz andere youtuber zu gucken diesen media player aber bei meinem youtube sieht das unten sieht das so aus da ist so ein komisches ding davor mach du mal doch ich hab die im schrank liegen aber ich benutze die nicht hm Warte mal, ich geh jetzt mal kurz was gucken, oh, wer schreibt mir denn jetzt? Wer? Warte mal, ich geh jetzt mal kurz. Oh, der ist nicht auf deutsch. Hä? Ich bin immer noch bei Gitar drin. Ja, weiß ich doch nicht, warum du raus bist. Nee, ich bin die ganze Zeit in meiner Sitzung drin. Nö. Patrick, meine Playstation ist gerade abgeschmiert, warte ich muss mal kurz was gucken. Ich werde euch einfach in einem kurzen Tutorial erklären, wie ihr eigentlich mit der Playstation aufnehmt. Und falls ihr auch noch ein Tutorial sehen wollt, wie man direkt mit der Playstation streamen kann. Das heißt, ihr könnt auf Twitch streamen, auf Ustream glaube ich auch und auch direkt auf YouTube. Dann, falls ihr das eben sehen wollt, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich das eben sozusagen sehen kann, an der Resonanz, ob ihr so ein Video haben wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir können eigentlich direkt starten. Also, das erste ist sozusagen, dass ihr braucht eigentlich die Share-Taste. Das heißt, ihr braucht den Controller logischerweise, das ist natürlich logisch, dass man den Controller braucht auf jeden Fall. Und dann drückt ihr jetzt einfach auf den Playstation 4 Controller die Share-Taste. Die ist links oben eigentlich, beim Sassenfest sozusagen. Da ist eigentlich dann die Share-Taste. Und da drückt ihr einfach einmal drauf und dann kommt jetzt einfach so ein Menü. Okay, das sind jetzt ein paar Sachen. Das ist für Streamen, aber das werde ich, wie gesagt, in einem weiteren Video erklären, falls die Resonanz gut ist. Es geht eben heute um dieses hier. Das heißt, Videoclip hochladen. Und was ist eben wichtig sozusagen? Ihr müsst eine Aufnahme im Videoclip gespeichert. Und dann kommt ihr direkt zu einem Menü. Und dort werdet ihr dann das Video sehen. Und zwar dauert das 11 Sekunden. Wir können es kurz mal anschauen oder auch nicht. Auf jeden Fall, das ist jetzt eben das Video, das wir gerade aufgenommen haben. Das heißt, einfach Doppelklick Share-Taste und dann einfach nochmal Share-Taste, um das Video wieder zu beenden. Und was könnt ihr eben jetzt mit diesem Video machen? Ihr habt das ja jetzt hier. Ihr könnt natürlich das hier direkt auf YouTube oben laden. dann bekle ich mich für den Schläger. Ich würde euch empfehlen. Es drückt einfach auf die Option-Taste. Dann zieht rechts und bei der Plättehörkontrolle, da drückt ihr einmal drauf. Und ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt kein blech. Ich werde jetzt keine... Ich werde nicht in Bedingung. Aber nicht wieder. Die... Ich werde nicht wieder. Dann können euch wirklich auf. Ich werde nicht unbedingt mit meinem Computer die Ereignung nicht. Aber ich werde nicht weiter tun. sorry meine playstation ist gerade abgeschmiert okay habt ihr was neues herausgefunden oder so ne ich guck gerade was okay 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 Okay, wenn ich das, ich will das Video sehen, ist es passiert. Okay, gib mir die Frage, bitte. Oh, hier geht's. Wie geht's? Hey, darling, I ain't seen you in forever. Okay, there. Hi, what's up? Hmm, again. I'm gonna film you in. Hmm. Huh, heh, 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 heh. Okay. Okay, wenn ich versuchte, meine Account zu entdecken, das passiert wieder. Normalerweise musst du eigentlich einen Account bei YouTube haben, also auf der Playsee. Okay, dann kann ich ihm auch nicht weiterhelfen. Ja, weißt du, was am gucken war? Ich geh gleich pennen, alter. Ich hab gerade was versucht geguckt, aber hat auch nicht geholfen. Ey, hast du einen Account auf der Playstation von YouTube? Ja. Ja, wenn du da angemeldet bist, müsste das trotzdem eigentlich funktionieren. Weil ich hab den Account, den ich vom Handy hab, hab ich auch auf der Playsee. Wie? Hm? Ja, warte. Warte mal kurz, warte. Ich hier. Ja. Wir müssen ein Meetup für Drinks. Ja. Wie ihr euch, ähm, ja, einmal bei YouTube einloggen könnt, und wie ihr euch über den Playstation-Store Spieler runterlegen. Ja, ich hab jetzt noch die Playstation-Store-Spieler runtergeheben. Ja, jetzt hab ich auch gleich eine Sündige. Ich hab heute. Warte. Dann gehen wir jetzt mal. Und... ... wo hast du einen Hacker? Ja, nein, 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 nein. ... Und dann, ihr geht dann mit dem Linken, dem Felsen, und dann auf Anmelden. Auf, noch eine Einschüchung. Dich exigieren immer auf, noch. Neh, jubel, jubel. Ich werde dir über ihn erzählen. Lecker, lieber Tüge. Ich muss mal mal auslegen. Neun, 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 neun... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, fahr jetzt so. Dann gehen wir mal in den Passivmodus, dann kann er mich auch nicht umbringen. Ich muss nämlich Geld einzahlen. 16.500. Was ist denn der Wichser? Der muss hier irgendwo sein. Der ist da. Ah, da hinten ist die kleine Schlampe. Ah, crap! Man, das ist ein langes Mal. Das war's für heute! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Okay. Okay. Hey, man. Had a pretty shitty weekend, actually. Hi, you've got two minutes. I was supposed to go to the beach, but they completely shut down every reveal three-way. Yeah. I don't know. I don't know. No, there's something they're doing. It's about time you called. Are you still landing me up again? Oh, God. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Oh, God. Oh, God. Vielen Dank.